Hallo, hier ist der Martin von Moneymonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 8.10.2024 und unser DAX ist wahrscheinlich nicht so erschrocken davon, wie positiv das zum Vater aussah, er ist direkt wieder in die Tiefe vergrümmelt und er ist auch ein dummer Batz, ja, also wirklich wahr. So, ja, Bullenfalle, sieht zumindest, es stand jetzt erstmal danach aus, aber, jetzt kommt es aber, Tagesablauf, nicht ganz optimal, ja, klassische Spritze nach oben, früh haben wir nicht gesehen, was wir besprochen haben, hier so 2.50 rein zum Abdrehen, insgesamt auch, muss man sagen, den Schwerpunkt der Bewegung eher am Morgen gehabt, ja, ist eigentlich fast die ganze Tagesspanne, gleich am Morgen relativ früh schon durchgelaufen, wo noch gar nicht so viele überhaupt drin rumgefummelt haben und dann ist es auch sehr interessant gewesen, wie ihr gefallen ist, ja, dieses, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber genau da, wo man so dachte, oh Mensch, der ist aber schwach, ja, das ist stabilisiert, das ist wieder hochgekommen und da, wo man dachte, ey, komm, der kommt ja, der kommt ja doch wieder hoch, das sieht gut aus, ja, und genau da ist er wieder runtergedreht und am Abend dann die gleiche Show nochmal nach unten, ja, und dann dachte, oh Gott, jetzt kommt er aber doch ganz schön tief und dann wieder, das ist so dieses Antriggern, dieses emotionale Antriggern, was der macht halt, ne, das ist, ähm, das ist auffällig, das ist aber eigentlich eher typisch für Seitwärtsphase, ich hoffe nicht, dass der sich jetzt hier festrennt, aber wenn wir auch unseren Tagesschutz angucken, steht er halt hier halt immer noch auf der Trendlinie und was er eben auch nicht gemacht hat, er hat die vorherige Tageskatze nicht komplett rausgenommen, dafür müsste er das Tiefhunder bieten, das heißt, wenn jetzt hier jemand long ist oder, ich sag mal, auf das Umkehrsignal angesprungen ist, ähm, der ist im Zweifel hier noch nicht ausgestoppt und dann könnte das, ich sag mal, ganz blöd, auch bloß ein Rücklauf sein. Wir haben gestern gesagt, Abwärtstrend, etablieren, umkippen, müsste er sowas jetzt hier als Bärenfalle nach unten machen, er müsste sich nach einer kleinen Spritze nach oben unter die 100 fallen lassen, die 100 nicht verteidigen und drunter fallen, ja, und weiter, das hat er gemacht, um danach eben weiterfallen zu können, das ist jetzt definitiv erstmal die gute, ähm, die gute Nachricht, für die, die hier abwärtsgerichtet sind, der kann hier definitiv weitermachen, aber wir müssten auch hier ein Abbruchkriterium definieren und ich glaube, das können wir hier sehr einfach definieren, weil er vermutlich, wenn es jetzt doch ein Fake war, der Dienstag, wenn der jetzt den Konter vom Konter macht, muss man ein bisschen um die Ecke denken, ja, ähm, dann würde der zum Dienstag frontal, der würde das, was er am Montag gemacht hat, äh, wartet mal, doch das, was er am Montag gemacht hat, dieses von Beginn an, dieses runterdrücken, würde der jetzt am Dienstag genau andersrum machen, ja, er würde von Beginn an hochdrücken und sich dann über den Tag halt wieder über die 100, äh, 19,150, 19,200 wieder hocharbeiten und bestimmt sogar schon die 2,50 anstoßen dann, und dann steht hier wieder eine grüne Tageskerze dahinter, und sowas kann unser DAX auch gut, ja, es ist eigentlich sogar das Häufigste, was man im DAX kennt, dieses Seitwärts, ja, so, so eine Bewegungsabschnitte hier, äh, haben wir aufs Jahr gerechnet zu, ich glaube, gab es mal irgendwo so Statistiken, ne, 75% bewegt sich der Markt in Seitwärtspattern und den Rest, ähm, äh, fängt an zu trenden, und so ein, dieses typische, ah, der wirkt stark, dieses, dieses an, also wenn Dynamik in den Markt reinkommt und der kippt es um, dann ist es kein Trend, dann ist das immer ein Range- oder ein Seitwärtspattern, und das hat er hier wirklich am, am Montag, ich glaube, an drei Stellen sogar gemacht, da wo ein Trend seinen Nährboden findet, ja, wenn er Dynamik aufbaut und die Leute sich alle dagegen stellen und er fängt dann aber an eben nur zur Seite zu stellen und weiter zu drücken, um Druck aufzubauen, und das hat er hier überhaupt nicht gemacht, am Montag, trotz, dass er gut durchgefallen ist, überher hat er das Gewicht von der, von, des Bewegungssperrpunkts wirklich sehr früh drin gehabt und, ähm, und dann eigentlich hier nur so rumgekleckert zur Seite halt, ne, sehr, sehr träge auch gewesen, das fast schon ein bisschen eher seitwärts, und das als Argument würde ich jetzt hier mit hinzuziehen, um zu sagen, der hätte am Dienstag gar nicht so schlechte Chancen, das Mund, den Montag einfach wieder auszukommen, und dann so wie er jetzt den, äh, mit dem Montag, den Freitag ausgekontert hat, ja, dass er einfach wieder da hochläuft, ja, deswegen ein bisschen Vorsicht, ähm, was haben wir ansonsten? Sollt ihr das nicht tun, sollt ihr nicht von Beginn an nach oben drücken, und er zeigt sich hier weiter, schwach am Dienstag, haben wir unten definitiv unterhalb einer, ähm, 18,950 dieses Gap, allerdings Vorsicht, das Gap kann immer noch nach oben als, ähm, Unterstützung zählen, also auch gut nach oben reagieren, ja, wir haben die 18, 18,915 ist das, da ist der, der, der Gap-Kloss hier, ja, das wäre dann das nächste Ziel, und geht er da drunter, ähm, würde das dann erst wieder ein bisschen offener werden, nach unten raus, Richtung so, kann man, kann man fast sagen, 18,800, ja, also 18,800, lass mal kurz gucken, was haben wir hier für ein Hoch, Hoch ist, 18,87, ja, also 18,800, 18,87, das wäre dann wohl so die nächste Anlaufstelle, denn wenn das hier, wenn hier am Gap-Kloss ja durchrutscht, und dann fängt er auch an, langsam unten raus, dann ein bisschen, dann wird er nicht mehr so, 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 so nerven, ja, ich glaube, der, der nervt, also die Leute, die in den Short drin sind, kann ich mir vorstellen, dass sie ein bisschen mit den Zähnen knirschen, so wie er sich über den Tag bewegt, ja, ähm, das ist, äh, aber das ist halt so, ne, es ist immer so, auf großer Ebene, wenn der Markt umdreht, dann wird das ein bisschen geschwurbelig, und, ähm, dann braucht er einfach ein bisschen, bis der da richtig reinkommt, das wäre aber vollkommen okay, aber er muss dafür halt auch ein bisschen tiefer, er muss dem Dienstag schwach bleiben, die Schwäche bestätigen, sich, ähm, am besten direkt unter der 19.000 verbarrikadieren, auch, so, von unten kommen, so eine 19.000 nach unten abwehren, wenn ihr sowas seht, ja, wenn ihr sowas seht, dass das wäre wirklich gut, um ein bisschen in den Trendfolgen unten reinzukommen und sich weiter zu etablieren, wenn ihr, wenn ihr seht, der drückt von einer 19.000 auch bloß wieder nach oben oder dupft da bloß kurz drunter und treibt dann hoch, dann kann im Zweifel wirklich aus der Konstellation, ihr seht, das ist jetzt am vierten Tag in der Spanne, kann er, kann er ohne Problem einfach wieder auf einer 19.100, 19.200, 19.200, ganz easy erreichbar am Dienstag, ja, und deswegen würde ich die Abbruchbedingungen für weiteres abwärts hier wirklich daran festmachen, wenn er von Beginn an nach oben startet, wenn er von Beginn an nach oben startet, ähnlich wie wir das für den Montag jetzt definiert hatten, ja, und gesagt haben, man sollte die erste Stunde da ein bisschen abwarten, würde ich vielleicht gar nicht mal unbedingt die erste Stunde abwarten, das wird man wahrscheinlich schon in den ersten 15, 30 Minuten sehen, wo hier die Tendenz hingeht und wenn er das, wenn er sich schwach zeigt, ist das Gap da unten interessant und die 18.800, ja, und wenn der aber sich nicht schwach zeigt, dann drückt er einfach noch hoch, dann lasst er einfach wieder nach oben laufen, dann soll er hier noch ein bisschen rumspielen, in der Hoffnung, dass das Israel-Thema mal vom Tisch kommt, weil sowas, das beschränkt den Markt immer wieder runter zu, ne, wenn der Markt ein bisschen fällt und schwuppdiwupps stehen alle da und sagen, ja, das war wegen Israel, dann fällt der einfach nicht weit, das ist immer wieder so zu sehen halt, das ist mal ganz typisch und das stört mich, mich stört das ja momentan, momentan, ja, das, ich glaube, das nervt ihn auch, ich glaube, der würde lieber, der würde, der würde lieber weiter fallen, ja, und es sind ihm zu viele Shorten mit drin und dann macht er so eine komischen Moves hier, ja, dann kommt eben sowas rein, genau deswegen passiert sowas, das, der Markt dient nur dazu, die Leute hin und her zu treiben, in dem Verlust, ja, die Börse ist dazu geschaffen, dass viele, viele Leute, also ihr, ja, die Privatanleger, dass die ihr Geld verlieren und auf die wenigen Reichen verlagern, die ohnehin schon genug haben, dafür ist die Börse geschaffen worden, dass die Reichen reicher werden und die Kleinen immer ärmer oder geschröpft werden und ihr täglich hart erarbeitetes Geld in den Markt reinbringen und da gegen sich zu wehren, heißt, man muss sich gegen die Instinkte wehren, weil, wie können die Großen das schaffen, dass 75% oder nicht 75%, sondern dass die, der Großteil der Privatanleger verliert, sie müssen den Markt so bewegen, dass sie, wenn die Leute ihren Instinkten nachgehen, dass sie dann verlieren, ja, und der Markt bewegt sich in der Regel dann einfach entgegengesetzt und das muss man, das muss man im Kopf gedreht kriegen, ja, und dann den auch ein bisschen versuchen, so kommen zu sehen, wenn man das versucht und so, sich versucht in den DAX rein zu versetzen, nach dem Motto, wenn ich der DAX wäre und die Leute jetzt hier und die Nachrichten sind so, was würde ich dann machen? Dann kommt man auf die Spur, dass er häufig genau das macht, was man sich dann so zurecht denkt in so einer Situation, aber man muss das aktiv machen, wenn man nur da sitzt und Nachrichten nähst und rechts und links und sich emotional mitträgern lässt und dann reinspringt, wenn es gerade besonders schwach wirkt oder wenn es besonders stark wirkt, dann läuft man wahrscheinlich immer genau am Tageshoch in den Long rein und am Tagestief in den Short rein, ja, und das soll nicht und darf nicht. Freunde, ich labere hier schon wieder nur noch Quatsch, das hat mit der Analyse nichts zu tun, ist vielleicht auch ganz interessant, mal gespiegelt zu bekommen, ja, der Rest kennt das schon, deswegen mache ich jetzt hier aus, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss. Vielen Dank.